Es ist warm, ja gut, jetzt noch so ein bisschen vor der Kamera. Stopp! Mein Name ist Timon Bamberger. Oje. Ein bisschen aufregend, aber es geht. Hallo, mein Name ist Anna-Rebecca Habekost und als Senior Brand Manager für die Marken Summersby und Grimbergen kümmere ich mich um mein Team, äh, kümmere ich mich um mein Team, genau, so, dann müssen wir es jetzt nochmal machen. Weil Bier ist ja nicht nur zum Wurstsalat gut, sondern das fällt beim Dessert an, äh, scheisse. Bier nicht nur zum Wurstsalat essen können, nein, scheisse, scheisse. Beraten würden, was für ein Bier-Sortiment optimal wäre für ihre Beiz, dann können wir nochmal anfangen, sonst tagelig, scheissdreck. Und auch unsere Ideen, ja, ja, sorry. Es ist so toll. Trifft man sich eher kurz, um ein bisschen, ah, der Text. Persönliche, direkte, ah. Konten akquirieren hat mit Ausdauern zu tun. Es gibt doch, no. Soll ich jetzt einfach mit dem weitermachen, oder? Nein, das müssen wir nochmal machen, falsch rum. Es ist ja so, ähm... Sorry, mach das nicht nochmal. Ähm... Im Sektor von Bern sieht das sicherlich ein bisschen anders aus. Genau. Ähm... Ich sage nur, ich sage nur zwei, dreimal und dann ist es gut, ja. Also gut. Möchtest du nicht auch im schönsten Schloss von der Wien-Schweiz lernen? Möchtest du nicht auch im schönsten Schloss von der Wien-Schweiz? Ich bin von Anfang an von meiner Gotte, ja... Dann bewirkt euch die Kette, wir würden uns freuen. Nochmal. Ich bin Wendt, ich bin aber-francés-manager-Region Bern. Und... Ah. Nein, schau mal. Wenn ich so unsere Werte und Traditionen vermitteln kann. Die anderen zwei weiss ich nicht mehr, was ich sage. Ah. Du solltest auch ein gewisses analytisches Verständnis mitnehmen. Du musst tagtäglich mitnehmen. Tele-Band. Tja. Cool. Das ist ein Teil meiner täglichen Arbeit. Aber er muss aufzweizen. Bei den Feldschlösslingen kann ich meinen Tageslauf selber... Sorry. Jetzt bin ich gerade nicht mehr. Sorry. Das ist die grosse Herausforderung, aber das macht auch so viel Spass. Das will ich sagen, bitte unbedingt. Was muss ich noch sagen? Okay. 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 Vielen Dank.